Ich lerne Deutsch. Nummer 14792 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin so wütend. Er hat mich schon wieder betrogen. Warum tut er das? Ich bin so wütend. Er hat mich schon wieder betrogen. Warum tut er das? Ich bin so wütend. Er hat mich schon wieder betrogen. Warum tut er das? Wahre Bewunderung im Büro entsteht durch geteilte Erfolge. Wahre Bewunderung im Büro entsteht durch geteilte Erfolge. Das ist der Anfang von allem, was wir uns gewünscht haben. Die Welt steht uns offen. Die Welt steht uns offen. Das Ergebnis war eindeutig. Das Ergebnis war eindeutig. Der Favorit gewann mit deutlichem Vorsprung. Die Matheprüfung war extrem herausfordernd. Die Matheprüfung war extrem herausfordernd. Die Prüfung war besonders schwer und erforderte viel Wissen und Konzentration, um sie erfolgreich zu bestehen. Am Horizont ziehen dunkle Wolken auf und kündigen einen Regenschauer an. Am Horizont ziehen dunkle Wolken auf und kündigen einen Regenschauer an. Wir haben diesen Mann im Urlaub kennengelernt. Leider konnten wir seine Sprache nicht verstehen. Wir haben diesen Mann im Urlaub kennengelernt. Leider konnten wir seine Sprache nicht verstehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Hohe. Verwundet. Wir haben die Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020